Einen sonnigen guten Tag und willkommen zu The Art of Fitness, deinem Podcast, bei dem es darum geht, zentrale Fragen und Ideen aus den Bereichen Fitnesstraining, Mindset, Ernährung und Regeneration auf den Punkt zu bringen, um dir auch zu mentaler Hypertrophie zu verhelfen und deinen Weg zum mitdenkenden Athleten zu begleiten. So, da sind wir wieder mit dem zweiten Teil des Biohacking-Podcasts mit Max Gotzler. Wir beginnen heute mit der letzten Frage, die von dem ersten Teil noch offen ist. Warum zum Henker macht der Kerl eigentlich Butter in seinen Kaffee und was soll das Ganze bringen? Vor allem, warum schmeckt das eigentlich trotzdem ganz gut? Aber wir widmen uns auch eines ganz zentralen Aspektes seiner Philosophie, nämlich dem Flow. Was ist der Flow? Wie kommt man da rein? Welche Trigger gibt es vielleicht? Und warum sowohl die Sniper, also die Scharfschützen der Army, das Ganze benutzen, um besser zu werden, als auch hochrangige Firmen wie McKinsey. All das gibt es heute im zweiten Teil des Podcasts. Bleibt dran und viel Spaß im Flow. Jetzt hast du das Öl angesprochen. Schon wieder eine richtig gute Überleitung. Weil was ich mir schon dachte, da ist es schon ewig her, als ich überhaupt auf die Idee kam, einen Podcast zu machen, war okay, wenn ich den Max in den Podcast kriege, dann muss ich auf jeden Fall Bulletproof Coffee ansprechen. Was ist das? Warum macht man das? Und wieso packst du Butter in deinen Kaffee? Ja, Bulletproof Coffee ist ja von eben dem Vater des Biohackings, den wir schon beschrieben hatten, Dave Asprey, eigentlich aus dem Himalaya übernommen worden. Also sprich, er hat damals der Legende nach eine alte Frau, die ihm eine Tasse Jackbutter-Tee gegeben hat, nach der er sich wahnsinnig energiereich fühlte. Danach hat er wohl beschlossen, dieses Getränk umzuwandeln in ein eher amerikanisch verträglicheres Getränk, also nicht Jackbutter-Tee, sondern eben Bulletproof Coffee, was letztendlich dieselbe Idee aber ist. Aber anstatt Tee nimmst du Kaffee, anstatt Jackbutter nimmst du Weidebutter oder eine hochwertige Bio-Butter und dann noch einen Schuss MCT-Öl. Das ist das ursprüngliche Rezept. MCT ist eben aus Kokosfett gewonnenes Fett und zwar eigentlich nur noch die stärkste oder die zwei stärksten Fettsäuren aus Kokosfett. Und ja, ist mittlerweile auch hier ein gängiges Produkt. Wir waren damals tatsächlich so die Ersten im Lifestyle-Bereich, die in Deutschland das Öl im Laden hatten. Und das war damals aus dem epileptischen Bereich. Im pharmazeutischen Bereich war das damals schon eben sehr bekannt, und zwar zur Behandlung von Epilepsie unter anderem, wo Patienten, die eben mit Zucker oft dann getriggert wurden, Anfälle zu bekommen, denen hat man dann oft das Öl gegeben, eben als fettige Kalorien. Ich habe dann auch mal gehört, dass es sogar in den 70ern wohl im Bodybuilding-Bereich mal eine Zeit lang ganz in war, MCT-Öl. Da gab es wohl sogar eins irgendwie aus den Niederlanden mit Orangengeschmack oder sowas. Und ja, und so hat es dann in die Biohacking-Szene gefunden. So ein bisschen als das bessere Biohacker-Kokosfett, so ohne den ganzen irgendwie Krams aus dem Kokosfett, der nicht so viel bringt, eben reduziert auf die Sachen, die wirklich wertvoll sind. Ja, und das ist bis heute so das Rezept. Das heißt, du nimmst 220 Milliliter Kaffee, also eine Tasse Kaffee, dann einen Esslöffel Butter etwa und einen Esslöffel MCT-Öl, mixt es gescheit durch, entweder im Mixer tatsächlich oder im Milchschäumer. Nur rühren geht immer schlecht, weil dann sonst die Fettschicht oben schwimmt. Und dann hast du einen waschechten Bulletproof-Koffee. Kann man nur noch verfeinern mit ein bisschen Zimt oder ich tue immer noch ganz gerne ein paar Vitamin-D-Tropfen rein. Ja, und dann hast du bereits am Morgen einen Kaffee, der eben keine Laktose hat, also keinen Zucker. Auch sowieso auf keinen Fall Zucker reintun, weil das Ding ist, da sonst wird es gefährlich, weil der Zucker wird sonst sofort angespeichert. Und deinen Blutzucker stabil hält, lange sättigt und dir aber Energie liefert. Und das ist so, ich sage immer, die Einstiegsdroge, die Gateway-Drug für die Biohacker ist der Bulletproof-Koffee. Und jeder, der zu mir kommt, letzte Woche hatte ich zwei Filmteams bei mir für zwei Biohacker-Dokus. Natürlich, die wollen dann alle gleich mal Bulletproof-Koffee trinken. Und das ist halt immer so ein sehr guter Einstieg, ein guter Icebreaker. Ja. Was ich mich gefragt habe, ist, du hast es eben angesprochen, es hat keine Laktose. Du packst dir aber Butter rein, was aus Milch gemacht wird. Genau. Wie machst du das zusammen? Also wieso kann ich als Laktose-sensitiver Mensch den Bulletproof-Koffee trinken, aber ein Schluck Milch bleibt mir verwehrt. Genau, weil Butter hat sozusagen keine Laktose mehr. Es hat noch ein bisschen Protein. Dadurch wird es auch ein bisschen schäumig. Aber Butter ist sozusagen die bessere Milch. Also auch das, also Ghee funktioniert zum Beispiel auch. Ghee ist eigentlich reines Fett. Ja. Und es speichert auch die Vitamine. Also die fettlöslichen Vitamine sind auch noch in der Butter und auch im Ghee drin. Der Vorteil an Butter ist eben, es schmeckt einfach ein bisschen besser im Vergleich zu Ghee, weil eben noch ein bisschen dieses Protein drin ist. Und das, das macht was. Das macht schon was für dich. Okay. Cool. Dann haben wir jetzt über eine Sache noch nicht gesprochen, die aber glaube ich auch unglaublich zentral ist. Und das ist der Flow. Ja. Also deine Marke heißt schon Flow Grade. Und wenn ich das mal so richtig verstehe, dann ist ja das ultimative Ziel, auch im Biohacking, möglichst oft in diesen Flow reinzukommen. Richtig? Ja, ganz wieder gute Frage. Und auch ganz zentral in meiner Philosophie, weil ich bin ja studierter Psychologe dazu. Und was mich auch seit des Studiums schon immer interessiert hat, waren halt Bewusstseinszustände. Und irgendwann habe ich einen Vortrag gehört von dem Gründer von dem Flow Genome Project damals, glaube ich, oder war gerade gegründet, der Stephen Kotler. Der hat ein Buch geschrieben, The Rise of Superman. Den habe ich dann auch kennengelernt, mal in Los Angeles, habe ihn interviewt. Und war total fasziniert von seiner Erzählung. Also er beschreibt damals, wie er als Depressiver, der eigentlich kurz davor war, Selbstmord zu begehen, von einem Freund dann zum Surfen überredet wurde. Und da eben diese Flow-Erfahrung hatte, die ihn dazu gebracht hat, sein komplettes Leben zu überdenken und irgendwie sich dafür zu entscheiden, jetzt sein Leben mit diesen Hochgefühlen zu füllen. Und das hat mich eigentlich dazu gebracht, die Firma so zu nennen. Allerdings die Flow-Psychologie, die ist schon viel älter. Die geht zurück auf einen ungarischstämmigen, mittlerweile Amerikaner, den Mihaly Csikszentmihalyi, kaum auszusprechen, wenn man es liest. Und der hat ein Buch geschrieben, Flow, Geheimnis des Glücks. Und der hat eigentlich diesen Begriff Flow mit diesem Zustand in Verbindung gebracht. Also der hat einfach diesen Zustand, in dem du dich selbst vergisst, in dem du ein Tunnel bist, in dem du mehr oder weniger in einem Zen-Zustand bist, in dem du, wie Yogis sagen, Samadhi, also wo du dein Ego komplett ausschaltest, wo der präfrontale Kortex weniger aktiv ist, wo du diesen Tunnelblick hast, wo Zeit relativ wird, wo du Endorphine und diverse Hormone und Botenstoffe produzierst. Wenn du auf dem Berggipfel bist und irgendwie sich komplett erfüllt und im Jetzt und präsent und glücklich fühlst. Oder der Surfer, der auf dem Brett ist oder der Snowboarder, der seine Linie carvt und sich selbst vergisst in dem Moment. So das hat er dann als Flow bezeichnet. Übersetzung, die optimale Bewusstseinserfahrung, der optimale Bewusstseinszustand. Und er hat dann Studien angestellt, der Csikszentmihalyi, auch mit Kindern und hat die beobachtet bis ins Erwachsenenalter. Und hat gemerkt, dass diejenigen, die mehr Flow-Erfahrungen hatten, eine höhere Lebenszufriedenheit hatten. Und zwar das Spannende ist, also Flow ist auch nicht so einfach zu bekommen, denn der Flow-Zyklus, der mittlerweile auch neurochemisch nachgestellt wurde, unter anderem von dem Flow-Genome-Projekt, da gibt es ganz gute Studien mittlerweile auch, auch aus dem Militär tatsächlich, die waren eigentlich die Ersten, die damit auch experimentiert haben. Die haben Sniper zum Beispiel, für dich als Soldat interessant, in einen Flow-Zustand versetzt, in dem sie den präfrontalen Kortex, eben wo das Ego drin ist, elektronisch oder elektrisch ausgeschaltet haben. Also das nennt man transkraniale Stimulation. Die haben mehr oder weniger einen Elektroschock gekriegt und haben dann die Anweisung bekommen, zu trainieren. Und die Sniper, die in diesem Zustand trainiert haben, die haben bis zu 300 Prozent schneller ihre Fähigkeiten entwickelt, als diejenigen, die eben nicht darin waren. Wow. Und, Spannend, gell? Ja. Und das haben natürlich dann auch Firmen mitbekommen, wie unter anderem Google und Amazon und noch diverse andere. Und auch Google hat dann Flow-Research betrieben und hat versucht, die Mitarbeiter auch die Gestaltung der Offices so zu generieren, dass die irgendwie Meditationszentren hatten und Neurofeedback, um den Mitarbeitern zu ermöglichen, in diese Zustände zu kommen, weil die dann Erhebungen gemacht haben. Unter anderem McKinsey, die Unternehmensberatung, hat eine Erhebung gemacht, dass Menschen im Flow bis zu 500 Prozent mental leistungsfähiger sind, weil sie eben Zugang haben zu diesen unterbewussten Prozessen. Also weil sie eben nicht mehr so viel darüber nachdenken, hey, wie schaut das jetzt für andere aus? Oder irgendwie habe ich den richtigen Haarschnitt, um jetzt irgendwie meiner Arbeit nachgehen zu können? Sondern eben, man verliert sich so in seiner Arbeit. Und ich fand das eben wirklich für mich auch ein wahnsinnig schönes Ziel, weil ich kannte den Zustand als The Zone im Basketball und kenne das auch vom Schreiben her. Ich schreibe ja gerne und kenne das, wenn du in diesem Writers-Flow bist. Also einfach, wenn auf einmal die Sonne untergegangen ist und du sagst, krass, wo ist die Zeit hin? Ich war jetzt komplett echt im Tunnel. Und je mehr du dein Leben mit diesen Momenten füllen kannst, weil das Schöne ist, es ist auch gekoppelt an so einen Feedbacks. Bedeutet, wenn du auf natürliche Weise, also eben nicht, wenn du irgendwo in der Disco in Berlin auf irgendeiner Droge tanzt, das ist auch ein diverser Flow-Zustand, aber wenn du auf natürliche Weise da hinkommst, dann spricht da viel dafür, dass das, worin du dich verlierst, dir irgendetwas gibt. Sei es irgendwie das Gespräch, das dich total inspiriert oder eben die Tätigkeit, die dich voranbringt, weil du merkst, da ist was Gutes dabei, da ist irgendwie ein Juwel gerade und den muss ich jetzt entdecken. Oder im Basketballspielfeld, wenn du einfach merkst, boah, das ganze Team ist in so einem Group-Flow, das läuft einfach und es macht Spaß. Das bringt dich dann genau dahin, wo du hin willst. Und deswegen ist für mich das so fast zur Lebensphilosophie geworden. Ich sage immer, wir wollen Flow-Grain, wir wollen nicht upgraden, weil wenn du es schaffst, dein Leben mit mehr und mehr diesen Momenten zu füllen, dann ergibt sich dadurch eine immer höhere Lebensqualität und dadurch eine Lebenszufriedenheit. Und mein Ziel ist, genauso wie bei vielen anderen ja auch, also das auch in deiner Arbeit zu finden, in dem, was du eigentlich täglich machst, die Möglichkeit, es geht nicht immer, wenn es einfach wäre, wie gesagt, dann wird jeder nur noch im Flow sein, aber zumindest eine Zeit lang jeden Tag dich im Moment verlieren können. Das ist eine große Errungenschaft. Ist das dann der Weg in den Flow, dass ich versuche, am Tag irgendwas zu machen, wo ich da reinkomme? Oder gibt es nochmal irgendwie so eine Anleitung, wie man da reinkommt? Ja, also es gibt, das Flow Genome Project hat 17 Trigger entwickelt, die dabei helfen können, in einem Flow zu kommen. Einer davon zum Beispiel ist Lebensgefahr. Also sprich, wenn du vor einem Bären irgendwo in Sibirien stehst auf einmal und dann bist du ganz schnell im Flow, weil dann vergisst du sofort deine irgendwie Rechnungen, die du morgen noch bezahlen musst. Aber ich für mich, also Csikszentmihalyi hat immer beschrieben, dass Flow die perfekte Balance ist zwischen Herausforderung und Langeweile. Also es ist weder unterfordernd noch überfordernd, sondern es ist aber herausfordernd. Also es ist gekoppelt, auch der Zustand ist eben anders als ein meditativer Zustand oder auch ein psychodelischer Zustand, ist der Flow-Zustand gekoppelt an eine Aktivität. Das ist per Definition so von von Csikszentmihalyi. Das heißt, du bist jetzt nicht im Ruhig-Dasitzen, das ist nicht unbedingt der Flow, den er beschrieben hat, sondern er hat das eben so definiert, dass es sich ein sich selbst verlieren in der Aktivität ist. Also beim Klettern, beim Snowboarden, beim Schreiben, beim Sprechen, beim Laufen, beim Bewegen. Und der Csikszentmihalyi hat das beschrieben als die 4%-Redefinition. Und mit den 4% meinte er, dass es genau dieser Unterschied ist zwischen dem, was du erreichen willst und dem, was du dir selbst zutraust. Also eben das klassische Beispiel ist eben dieser 100-Meter-Läufer, der 100-Meter-Läuft in 10 Sekunden und dem du dann sagst, hey, schaffst du das auch in 9,96 Sekunden. Und er noch nie unter 10 Sekunden gelaufen ist, aber eben dieser kleine Anreiz, wo sein Hirn dann sagt, okay, warte mal, so ein bisschen, so ein klein bisschen schneller, so 4% schneller kann ich vielleicht noch laufen, dann passiert was. Also dann ist er herausgefordert in einer Weise, wo er es für möglich hält, allerdings schwierig und dann hineinkommt und dann unter Umständen auch in einem Flow läuft, egal ob er das Resultat erreicht oder nicht, aber das ist genau diese Herausforderung, die leicht schwieriger ist als dein dir zugetrautes Leistungslevel. Und wie sich das gut überträgt, für jemanden, der jetzt, sagen wir mal, in der Schreibtischarbeit auch nachgeht, ist, schaffst du es, deine Tätigkeit oder deine Aktivität zum einen herausfordern, zu gestalten und zum anderen spielerisch. Das sind die zwei Komponenten, wo er meinte, dass Menschen, die es schaffen, sowohl ihre Aktivitäten sowohl herausfordern als auch spielerisch nachzugehen, diejenigen schaffen es am meisten in den Flow. Und deswegen ist es eben so, dass sehr, sehr viel bei Leistungssportlern oder Extremsportlern beobachtet wurde, die eben an ihre Leistungsgrenzen gehen, aber immer, wo diese spielerische Komponente mit dabei ist. Und eben, was man machen kann, ist aus einem Projekt oder einer Aufgabe, die man hat, also ich kenne es als Schriftsteller eben, dass du sagst, boah, ich will jetzt das dritte Kapitel schreiben und ich glaube, ich schaffe es in einer Woche, aber ich gebe mir jetzt mal vier Tage. Ich glaube, in vier Tagen schaffe ich das. Und das ist herausfordernd und ich schwitze fast ein bisschen, aber dann ist es so eine Art Spiel mit mir selbst. Ja. Und deswegen funktionieren ja auch Computerspiele so gut, weil es genau eben immer wieder leicht schwieriger wird, je besser du wirst. Und das ist eben das, was jeder für sich machen kann, ist egal, ob es Krafttraining ist, ob es in der Arbeit ist, ob es irgendwie Spielen mit den Kindern ist, immer etwas zu erfinden, entwickeln, kreativ zu sein auch in den Herausforderungen und den Spielen, die man sich selber oder auch seinen Kindern oder seinem Umfeld setzt. Und dann wird es eigentlich so eine Art Tanz. Also der, auch der Chixxin Mia, er hat das immer so schön beschrieben, als du tanzt ums Feuer und du darfst aber nie hinein. Es ist nie, wenn du irgendwie es mal geschafft hast in so einem Flow, dann ist er wieder weg. Das ist ein flüchtiger Moment. Und deswegen ist so der Tanz auch dieses Beispiel geworden dafür. Tanzen ist ja auch eine wahnsinnig flowige Tätigkeit. Und das erinnert mich immer an den Spruch von Nietzsche, der mal meinte, ich würde nie an einen Gott glauben, der nicht zu tanzen verstünde. Das ist immer schon im Philosophischen. Und deswegen, also genau, wie du es in dem Flow schaffst, da gibt es eben verschiedene Methoden, aber die Beste ist wirklich, etwas zu machen, was dir was gibt, also wo du eben was zurückbekommst, was dir Spaß macht, was Dopamin ausschüttet, weil das ist auch ein wichtiger Faktor. Und es gibt im Buch tatsächlich, in meinem Buch der täglichen Biohack habe ich eine Shortcut-Formel beschrieben, die sozusagen nutzt auf biochemische Weise, und das sind eigentlich nur drei Schritte. Das erste ist eine Runde Laufen gehen, weil Laufen hilft dabei, so den präfrontalen Kortex auszuschalten, also das Denken runterzufahren. Dann eine Tasse Kaffee, Kaffee ist ein Dopaminbooster und dann ein paar Tropfen CBD-Öl, Cannabidiol, also der nicht high machende Stoff aus Cannabis, der mittlerweile legal verfügbar ist, auch hier als Tropfenprodukt. Und die Kombination aus Laufen, Kaffee und CBD liefert deinem Körper eigentlich die komplette Neurochemie und Neuroanatomie, die er braucht, um in den Flow zu kommen. Und dann kannst du sozusagen einer Tätigkeit nachgehen im Anschluss, in der du dich im Flow verlieren willst. Das werde ich auch probieren. Auf jeden Fall. Wie viel bist du denn im Flow? Kann man das irgendwie messen? Also ich bin schon definitiv ein Flow-Typ. Ich habe ja auch so Neurofeedback-Training mal gemacht eine Woche lang und schon festgestellt, dass ich recht hohe Alpha-Wellenaktivität habe, besonders hinten im Occipital-Lappen. Interessanterweise im Linken, was auch mit verbaler Kreativität zur Verbindung gebracht wird. Also ich spreche ja auch gerne, schreibe, nehme Podcasts auf. Also das fand ich ganz spannend, das so zu beobachten, dass das wohl auch tatsächlich biochemische Gründe hat und warum meine Firma wahrscheinlich nicht umsonst Flow-Grade heißt. Also ich tendiere schon, mich im Moment leicht verlieren zu können, was auch teilweise sehr frustrierend ist für mein Umfeld, wenn sie dann merken, ich bin gerade nicht ansprechbar oder habe irgendwas vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Aber es ist natürlich ja auch zentral in meinem Job und meinem Leben geworden und ich habe aber gleichzeitig auch wieder immer die Herausforderungen, nicht zu sehr in dieser Beta-Welt zu leben, also in dieser schnelllebigen, reizüberfluteten Welt und muss mich da auch aktiv schützen. Also es ist auch für mich immer so ein Tanz. Aber ich würde schon sagen, im Vergleich zu anderen bin ich bestimmt wahrscheinlich drei Mal so viel im Flow, weil ich halt auch es mir so ausgesucht habe. Also weil ich halt meine Tätigkeit oder auch mein Lebensunterhalt mit Schreiben und Content verbringe, das mich in den Flow bringen kann. Das ist halt das Schöne. Mega. Dann hätte ich tatsächlich noch eine abschließende Frage, also inhaltliche abschließende Frage, die wäre, wenn du nur einen Biohack vermitteln dürftest, welcher wäre das? Ganz einfach, das Atmen. Und zwar, es klingt wieder so, Atmen, aber mit dem Atmen kannst du so viel machen. Allein die Komplexität dieses Biohacks macht es schon so attraktiv und es ist das Erste, was wir als Menschen tun, wenn wir geboren werden und das Letzte, was wir tun, wenn wir eben nicht mehr leben. und das Atmen ist die direkte Verbindung zu unserer wirklich ursprünglichsten Natur. Und über den Atem hast du auch ein Werkzeug, ich sage immer, die Fernbedienung für dein Nervensystem, mit dem du deinen ganzen Körper verändern kannst und zwar akut, sofort in diesem Moment. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, atme durch die Nase in den Bauchraum und atme ein bisschen länger aus als ein, allein dadurch aktivierst du schon deinen Parasympathikus, du bist ein bisschen entspannter, so du merkst, wie deine Körperhaltung sich ein bisschen entspannt, wie ein bisschen Stress aus den Schultern rausgeht und jemand, der jetzt zum Beispiel gerade irgendwie mit Schultern nach vorne, flache Atmung in die Brust, irgendwie Nackengebeugt vor einem Handy sitzt, der muss einfach mal seine Körperhaltung ein bisschen korrigieren, indem er einfach aktiv mal durch die Nase einatmet, indem er einen geratenen Rücken hält und in den Bauch. Im Bauch wird mehr von Sauerstoff aus der Luft in das Blut übertragen, im Bauchraum, weil da einfach mehr Blut vorhanden ist und da bekommst du gleichzeitig auch noch eine Ausschüttung von Stickstoffmonoxid über die Nase, was auch noch entstressend ist, es gibt weiter die Gefäße und das ist eben, das wird in Nebenhöhlen ausgeschüttet und die Nasenatmung allein führt schon zu einer, ich glaube, 20-prozentigen erhöhten Stickstoffmonoxid, NO2-Ausschüttung und dadurch kannst du ganz einfach dein System entstressen und gleichzeitig über die Atmung kannst du es aber auch aktivieren, eben klassische Wim Hof-Atmung, wo du eher aktiv und energetisch atmest, ein bisschen schneller und das aktiviert dein System und du durchflutest deinen Körper, verschiebst sogar ein bisschen die Sauerstoff-Bindungskurve, drückst ein bisschen mehr Sauerstoff tief ins Gewebe rein und das kann dir dann letztendlich dabei helfen, auch mentale Blockaden zu lösen, dein Immunsystem zu aktivieren, das zu trainieren, also die Atmung ist ein super Weg, um eigentlich den ganzen Körper auf irgendeine Weise zu beeinflussen und dann gibt es ja so viele verschiedene Atemtechniken, also zum Beispiel aus dem Yoga kennen wir die irgendwie Nasenloch-Atmung, ein durch das linke Nasenloch und so weiter, dann gibt es die Wim Hof-Atmung, dann gibt es die Warrior-Atmung, die Bauch-Krokodil-Atmung, wo du auf dem Boden liegst mehr oder weniger und nur in den Bauchraum einatmest und irgendwie so da liegst auf den Händen, also da kann man sich irgendwie total austoben und gleichzeitig die Atmung kannst du überall einsetzen, sei es beim Training, also die neuseeländischen Rugby-Spieler, die kleben sich schon den Mund zu oft, wenn sie trainieren, damit sie eben die Nasenatmung trainieren, die ein bisschen anstrengender ist und wo man auch irgendwie irgendwann mal fast Panik bekommt, weil du das Gefühl hast, du kriegst nicht genug Luft, aber das eben dir dabei hilft, mit dem Sauerstoff besser zu rationieren im Körper. Es gibt auch beim Essen kannst du eine Verdauungsatmung machen, letztendlich nach dem Essen, also das ist ein extrem vielseitiger Biohack und deswegen wäre meine jetzt kurze Antwort auf deine Frage die Atmung. Okay, sehr geil. Das sollte offensichtlich nochmal ein spannenderes Thema werden und eins, was vielleicht mal ausführlicher diskutieren in der Zukunft. Ja, glaube ich auch, also das ist wirklich super, super spannend, also eigentlich jeder von den ursprünglichen evolutionären Sachen, auch Kälte ist so ein spannendes Thema, Fasten ist ein spannendes Thema, also es gibt da wahnsinnig viel, was man sich anschauen kann. Es hört nicht auf, langweilig, es wird nie langweilig. Das ist ja gut so, sonst kommt dir als Content Creator wahrscheinlich auch weniger in den Flow, wenn es irgendwann aufhört. Ja, also ich habe sowieso viel mehr Ideen, als ich umsetzen kann, so auch von Content oder Sachen, über die ich gerne schreiben würde, weil es wird wirklich nicht langweilig. Allein barfuß laufen, auch ist so ein spannendes Thema, weil es eben zum einen, ja, körperlich, anatomisch wahnsinnig interessant ist, weil wir so viele Muskeln und Knochen im Fuß haben, aber die elektromagnetische Ladung über die Erde, die aufgenommen werden kann, über die du Stress abgeben kannst. Also es ist echt ein wahnsinnig spannendes Feld und deswegen cool, die Arbeit, die du machst, auch das Leuten näher zu bringen, weil ich glaube, da ist irgendwie für jeden doch was dabei und egal, ob man sich Biohacker nennen will oder nicht, es ist so ein Feld, wo man sich einfach mal etwas anschauen kann und vielleicht resoniert man mit irgendeinem Bereich und dann taucht man halt da ein bisschen tiefer ein. Aber das ist, finde ich, das Schöne bei uns. Absolut, ja. Wenn man dann tiefer eintauchen möchte, wo findet man denn am allerbesten die Infos über dich für diejenigen, die vielleicht nicht in die Show Notes gucken? Also der einfachste Weg ist wirklich, ich habe nicht umsonst, also der tägliche Biohacker ist wirklich genau für Leute geschrieben, die mal irgendwie täglich einfach mal Lust haben so auf einen Tipp, sondern eben nicht zu komplex, sondern wirklich alte Weisheiten, moderne Sachen, einfach verpackt in 366 tägliche Impulse und sonst auf meiner Webseite auf flowgrade.de. Da sind alle die Podcasts und Blogartikel und Produkte, die wir haben und da kann man sich definitiv einige Zeit mal aufhalten. Sehr gut. Und wer gerne täglich, aktuell zumindest, was von euch hören möchte, der kann auf Clubhouse mit reinschauen. Ja, genau. Ja, also je nachdem, wann, ich bin mal gespannt, wie wir das noch mit dem Pensum durchhalten. Ich habe ja vor, das mal wirklich ein Jahr durchzuziehen, schauen, ob wir das schaffen. Also immer unter der Woche, Montag bis Freitag, 8 Uhr, manchmal 8.30 Uhr und immer spannende Sachen und du bist ja auch hin und wieder dabei und bald auch zu hören. Deswegen schaltet euch definitiv ein. Sehr cool. Gut, dann vielen Dank schon mal für deine Zeit. Ich freue mich auch, dass die Technik dann doch noch mitgespielt hat, auch wenn wir es am Ende über den iPhone-Hotspot machen mussten. Aber sehr schön, dass es gehalten hat und es unseren Flow weiter unterstützen konnte. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich hoffe, das war ich das letzte Mal. Ja, danke, Art, mir auch. Auf keinen Fall. Das war es mit der heutigen Episode. Schön, dass du mit dabei warst und dich als mitdenkender Athlet weiterentwickelt hast. Wenn dir die Episode gefallen hat, teile sie bitte und vergiss nicht, den Podcast zu bewerten. Denn nur mit deiner Hilfe können wir es schaffen, möglichst viele Menschen dazu zu motivieren, zum mitdenkenden Athleten zu werden. In diesem Sinne Walk the Talk und finish strong. Dein Atem. zuwärts. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.